Einen Künstler aus Frankreich, genau aus Paris, ein Solo-Tänzer mit einer wirklich sehr, sehr atemberaubenden Schub. Viele von euch, oder einige haben hier bestimmt heute im Workshop schon gesehen. Ich spreche von Mois und ich würde sagen, auf geht's, Mois, wie viele Götte? Applaus für mich! Mois! Mois! Marente, Marente! Marente, Marikoneche! Maitre-Maitre Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Der Magdalene Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme.